Servus, mein Name ist Karl Geinrath. Wir sind heute in Incheu Süd, im Uwe Manninger. Wir starten mit einem schönen Lat-Programm. Mit den ersten Übungen fahren wir an mit dem Lat-Zug im breiten Griff auf der Duale Maschine. Super Sätze, das heißt, eine Minute Pause zwischen den Sätzen und das ist ziemlich Konditionsrauben. Die zweite Übung ist auf der Dualen Maschine im engen Griff der unteren Rücken. Wirklich ist bei jedem Satz eine Steigerung. Das heißt, wir steigern immer um 10 Kilo. Der Lat ist meine Spezialdisziplin. Da bin ich immer noch ziemlich stark. Die nächsten zwei Übungen sind nochmal die Gebenzüge auf der Station und glatt Pulli im engen Griff. Untertitelung des ZDF findet Zombies Die 七 bis bald Zwischen Ja, Chemzüge war immer mein Spezialdisziplin, da war er mit 107 Kilo 28 Wiederholungen und mit 20 Kilo im Umhängen waren noch 17 Wiederholungen, also da war schon einiges an Kraft da, aber da war ich ja noch jung, da war ich 47. Ja, das waren jetzt 12 Sätze im Supersatz, jeden Satz Steigerung, kann ich jeden gerne einladen, wenn ich möchte, kann ich mit mir mal mittrainieren, ein schönes Radtraining. Also ich trainiere jede Muskelgruppe, zwei Arme-Drogen, das heißt ein paar Einheiten, so wie Ladtraining, immer Montag und Donnerstag, also immer drei Tage inzwischen Pause, damit ich mich besser regenerieren kann. Ja, wie gesagt, das war eine Einheit Partissimus, wenn euch das Video gefreut habt, dann gebt den Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Viel Glück!